Leute, oh mein Gott, heute ist es so weit. Ich fahre ins Stadion von Scott in Lissabon und werde das erste Mal Cristiano Ronaldo sehen. Yay! Ich fahre nämlich jetzt zum Spiel Portugal gegen Luxemburg. Ich habe natürlich hier schön meinen Cristiano Ronaldo gefahren. Ich dachte mir, ein Livestream wird wahrscheinlich nicht so klappen, weil ich mega aufgeregt bin. Deswegen habe ich gedacht, ich mache ein kleines Video dazu, keinen Vlog zu sehen, keinen Fußball-Vlog. Wir sehen uns jetzt gleich vor dem Stadion. Ich war selbst noch nie da, deswegen bin ich total gespannt, wie es aussehen wird. Ja, also bis gleich, wir sehen uns am Stadion vor dem Stadion. Leute, ich bin jetzt hier in der Schlange. Es geht gleich los. Es ist sehr voll und ich bin ein bisschen spät dran, wie immer. Aber das ist mein Ticket. Ich freue mich. Wir sehen uns gleich im Stadion. Hey, ich bin jetzt hier. Hallo Ronaldo, wink doch mal, wink mal, hallo Ronaldo, hier hingucken, da hat er geguckt, habt ihr es gesehen, er hat geguckt, ja kannst weiter spielen, spiel weiter, mach ein Tor hier, damit sich was sehen kann hier, er hat geguckt Leute, er hat geguckt, ich habe mich gerade so tode erschreckt, guck mal was da ist, was ist das, ey guck mal, da fliegt irgendwas rein, in die Menge, ich habe mich so tode erschreckt gerade, fast mein Handy runtergefallen, hier, jetzt fang ich, hier gib mal hier, ey, guck mal hier, keine Ahnung was ist, aber gib mal Spaß, ich habe mein Eis hier. Oh mein Gott, das war so geil, so, so, so geil, ich hatte die Kühle-Splätze, also wirklich low, direkt am Stadion, eins, zwei, dritte Reine, das war mega, mega, mega geil, Portschweiler 3-0 gewonnen, Ronaldo hat ein Tor gemacht, direkt vor mir, es war mega geil, Teilhutscher war am Start, ähm, Tor direkt close gesehen, drei Tore, also mega geil, hammermäßig ist wirklich ein Traum von mir in Erfüllung gegangen, und nächste Woche bin ich nochmal im Stadion, aber von mir im Kick-Up, ich freue mich auch schon mega gut, ich fahre jetzt noch raus, ich quetsche mich jetzt in die U-Bahn, haut rein, mach's gut, mach's! Ba guck, ich ruck, ha u-bahn, sa нам raus! Wo haben wir die Panic-Up' an?